Moin Leute, was geht mal wieder? Youtube Gamescom von MyaClan ist mal wieder hier und ich spiele heute mit zwei PSN-Freunden wie habe ich in der Lobby kennengelernt oder? Waren es zwei? Zwei oder drei waren es? Auf jeden Fall Ja, einer hat mir auf meinem zweiten Account geschrieben Ey, adde mich Ja, habe ich ihn da geedit und habe mir einfach mal gefragt möchte er ein Video von mir Und ja, was du gesagt hast, das Wort? Ja klar kein Problem Und jetzt ist er da Moin Moin Also, meine Waffen heute die 5-7 und die MP-7 Oh So Hoffentlich Abschluss bestätigt Oh, da vorne drei Stück auf einmal Er hat nur auf mich gewartet Er hat nur auf mich gewartet So 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 Ja, mit meinem zweiten Account habe ich ein paar habe ich die Community ein bisschen geärgert Ja, ich habe hier ein iPad One, das wisst ihr ja Ah, und dann habe ich den gemacht Madonna, A Cappella gesucht A Cappella auf jeden Fall gemacht Und dann, ähm, an Setzit gehalten wie er dachte, oh ey Madonna oder weißt du was ich hast du da gesehen? Das ist schon richtig Gaudi Das funktioniert natürlich nur mit iPad Handy funktioniert nicht wegen der Strahlung Aber iPad, das zornet irgendwie keine Strahlung aus da gibt es keine Störung Ja, auf jeden Fall Digga Oh Freu dich über deinen Abschuss Digga Freu dich Ja, auf jeden Fall da oben ist einer Die Kulisse Die Kulisse Digga Die Kulisse ist Hammer Black Ops 2 ist halt geil, weißt du Hammer Spieler auf jeden Fall Wow Ich bin gerade zwei da Hier Der Miner Mein Squad Ah, ey, die Waffe ein bisschen nach links machen Aber, ey, ey, wir haben bald versucht gemacht So Da vorne Oje Ja, nächste Woche bin ich wieder bei Fillingen Ok Was ist denn das da oben? Ohne oder was? So Oh Die Drohne nähert sich Oh, die Drohne nähert sich schon Weimlich oder flittlich Also ich glaube auf dem Pflückzeugträger hier, der macht nichts mehr Da landet nichts mehr Guck mal, ist ja alles zerbombt Was denn das für eine Technik Da sind wir mal ein Schiffchen drin Achtung, feindlicher Blitzschlag geht bevor Feindlicher Blitzschlag, oh Oh, das ist ja krass, Alter Das ist krass, das ist geil Digga Mit technologischen Waffen Scheiße Das ist krass, das Feeling ist einfach geil in Black Ops Mit technologischen Waffen Oh, der Chat Oh, Digga Du hast keine Chance Scharfschütze Verbündete Drohnen nähert sich Verbündete ist immer gut So lange nicht feindlich So Der feindliche Drohnen nähert sich Abschluss bestätigt Oh, da oben, da oben ist er Ja Jetzt ist die Frage, wie komme ich da jetzt hoch auf die Flugzeugträger Ah, da haben wir es Ja Der Abschluss bestätigt Das habe ich früher bestätigt Das muss ich nochmal angucken sind Oh, je So So Mist Ah, warte mal Schauen wir mal rüber In Achtung Feindliche Feindliche Ah, hab mich ne Explosion getötet Digga, das ist echt cool Das ist gar nicht cool In Achtung Feindliche Vorwäge unterwegs Oh, nein Bum 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 Au In Abschluss verwehrt Was verwehrt? Bum Bum Ich schreie hier richtig ja In Achtung Feindlicher Tarnhelikopter unterwegs Tarnhelikopter Ich glaube das hört sich gar nicht gut an, Leute Das bedeutet Das wird gleich alle Ein mächtiges Problem haben Wenn wir nicht unter Unerdeck sind Ah, das shit finde ich aber cool Die Waffen hier Guckt euch mal daran Ich kann es einmal nicht lassen House Migration Ich denke das ist ein guter Abschluss Um das Video zu beenden Ich hoffe es hat euch gefallen Bis dann euer YouTube Gamescom See you later Adegame Bis dann, ciao